So, Freunde, heute ist Sonntag, der 23.02.2020. Ich habe jetzt gerade den Ausflug geöffnet. Ich möchte versuchen, die Tauben ein bisschen rauszulassen. Ich muss mal schauen, wie lange es dauert, bis der Geier rauszulassen. Das Wetter ist heute nicht so gut. Aber ich dachte, das ist die Tauben, egal. Es wird schon gut gehen. 5. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.